okay okay kann ich jetzt einfach alles klar okay so zack und so war ich will eigentlich genau auch wieder so eine geile mucke also der soundstrecke ist einfach nur hat vorgleich soll ich jetzt hier passt alles so dass es aber schnell gestorben wird ja fackel ist zerstört ich gehe einfach mal deck one end ok also jetzt geht es hier weiter alles klar moment ist ich nehme mir erst mal das ist denn hier vor man nimmt aber sehr will die schaden bote pack so ich muss wahrscheinlich eine fackel erst platzieren damit das irgendwie schaden macht fackeln hallo so es noch mal ja ok verstehen da kann man das kamera hallo ok der ist dort oh mein gott wie viele kommen da jetzt ich meine die sterben ziemlich schnell aber alter so eine armee so zack bis euch hier so als schnell was hier gut machen gut 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 aber irgendwie ist es hier cooler als als die raids so jetzt der erste eindruck wie siehst du bitte und man egal so zack fackeln oder geht das gar nicht wenn gegner in der nähe sind hat also gleich die nächste da ist auch schon fast tot sehr schön zwei fehlen noch kreis okay ich glaube ich glaube diesen soundtrack hier werde ich mir nach dem stream noch mal anhören weiter klingt ja richtig geil oh mein gott das ist so eine musik nicht privat hören würde einfach so warte mal ach so fucking wieder aufbauen ok emergency repair ok oh hallo so so also du bist willkommen gut 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 okay dachte weil ja wahrscheinlich ist schon oh gott zu viel zeit vergangen nein die bocke so kommen wir auf aber also wie schnell regeneriert dass die kapitel wieder so richtig wie sie kostet ok vom moment ist wer das wir gucken also ich bin ich falsch gewesen hier wollte ich hoch das wahrscheinlich war das letzte bis denn mache ich mal schnell kaputt hoffe das ist kein fehler oder so 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 was die fackeln was haben die denn gegen die fackeln weil wo kommen die überhaupt her so so hat er muss sogar schon gelähmt sehr schön so 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 Oh ja, auf jeden Fall. Was passiert? Äh, okay. Ops. Darf ich den Boss anvisieren? Oh nein, ich bin verlangsamt. Ich hasse diesen Zustand. So. Immerhin dadurch, dass ich record jetzt kurz tot war, ist der Zustand weggegangen, der langsamen Zustand. Äh, warte mal. Tech7 End. So, kannst du jetzt sterben? Ist das zu viel verlangt, oder? Ach komm, vier. Das war's jetzt aber. Fahr mal da. In your face. Ja, Dogi, das bist du. Ich hab's geblendet. Aha, wunderbar, alle! Ja, wunderbar. Ja, das ist gut. Ich hab's geblendet, Rally. Ich hab's geblendet, Rally. Ich hab's geblendet. Ja, das ist genau so. Höchstwahrscheinlich. Ah ne, eh ok. Swordtipfang, zwei Iron Ore. Ah, geil. Das sollte sich für ein paar Zeit calmen. Ja, wir sollten keine Probleme. Ja, wir sollten keine Probleme. Ich bin glücklich, dass das alles alles geholfen ist. Ich wusste nicht, dass es nachdem der Hunt war. Aber wir haben ziemlich stark als ein Village. Hm, all diese Beast Raids haben uns geholfen. Das war so viel Spaß, ihr Leute. In der Zukunft, wir müssen Sie in anderen Bereichen auch. Hopefully, you'll be able to hunt those ones down just as fast. Very true. We should perform a Hunt whenever the nearby beasts are calm. It's essential that we help hunt down any threats that may arise. Yeah, we'll definitely need your help with future hunts. Come talk to me whenever you wanna go out on a Hunt. Thanks again, you guys. You did a great job today. That's one down! So, man kann immer, wenn man will, solche Hunts machen. He's in der Jungle Hunt available. Na gut. Now then, Adol. I believe I was about to enhance your weapons before we were interrupted. I've already finished processing the Auricalcum. So all that's left to do won't take very long. Let's head over to my smithy so we can get started. At last, Kathleen began the process of refining their weapons with Auricalcum. after being threatened with primordials for so long. Adol and the others just might have the other hand against them. They waited, eager and anxious until Kathleen's hammer finally fell silent. Ooh. So this is what it feels like to wield an Auricalcum enhanced weapon. Wow, that looks really cool. Look at my weapon, Sahad. What do you think, Adol? At the moment, these are the best weapons I can forge. I'm excited to use mine. Same here. Still, your weapons have plenty of room for improvement. If you bring me more materials, I can refine your weapons even further. We will. Thank you so much. Huh? That's the raid bell? Och nö. There you are, Adol. Man, I'm glad this happened, while you are still here. What's going on? You come to pick us up? Actually, I have important news to tell you. I was out patrolling, when I got a report from Euron. There is a primordial among the beasts headed to the village. Man, the horses! Are you serious? Yeah, judging from its description, it's the same one that I tagged before. Natürlich kommt er genau, nachdem wir diese Waffen fertig bekommen haben. Jaja, schöner Zufall. I wondered what gobbled up nameless. But we can have new weapons, we can fight- We must- But we have new weapons, we can fight a primordial now. Hm. Your oricalcum weapons should give you the advantage. It's gonna be a tough fight, but this is the perfect chance to test your weapons. Think of it as a grudge match, and go show that primordial punk woos boss. Okay. Okay. Also erst die Hand, und direkt danach ein Raid. Und jetzt ein bisschen komisch gelöst. Aber ich werde jetzt, glaube ich, eh Schluss machen. Für diesen Stream. Also schon mal an die Nachholer. Vielen Dank fürs Zusehen, und wir sehen uns im nächsten Video. Das nächste Mal. Macht's gut, haut rein, und ciao. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.